Hallo Miju. Hallo Miju. Hallo Miju. Ihr Lehrer für die nächsten 15 Minuten. Das wird euer Lehrer sein jetzt. Exactly. 20 Minuten. Äh, 20 Minuten, sorry. Wir brauchen mehr Zeit, 20 Minuten. Please allow time for proper education. Genau, also ein richtiger Lehrer, ihr wisst ja wer das ist, der braucht ein bisschen Vorbereitung. Ihr seid die Padawane und er muss seine Macht noch generieren jetzt. Also nein, es geht nicht so schnell. Ich hoffe ihr hattet ein schönes Genius Loki Lab und ein schönes Festival hier in Weimar. Es ist eine sehr schöne Stadt, ich genieße es hier zu sein. Das ist übrigens alles Technik, was hier steht, falls ihr euch gerade wundert. Es ist unfassbar. Und ich kann ja nochmal kurz erzählen, das Genius Loki Lab ist nicht nur die Performances, die stattfinden am Wochenende. Es hat auch schon Anfang der Woche angefangen. Und die ganzen Künstlerinnen, die hier sind und die Künstlerinnen, die haben zusammen Workshops gehabt, Seminare, haben sich kennengelernt. Und von mir aus der Welt. Und es sind sehr schöne Freundschaften entstanden und auch Kollaborationen. Und ich glaube jetzt geht's los. Ich bin sehr gespannt auf seinen Auftritt. Ich freue mich schon seitdem wir hier sind. Mijou. Sein Name ist Mijou. Und ja, ihr werdet gleich sehen, was er so machen wird. Aber es wird sehr sehr lustig. Freundlich. Mijou. Hallo, hallo. Hallo mein Mann. Der nächste Künstler. Hallo mein Mann. Hallo. Hier, die waren nicht mehr hier woher. Ich mache zwar einen gerade steigen Recap, was ihr sehtinteilybenディutar. Could know too. Entschuldigung. Das ist, äh... TA-atke. hoffe, dass ein Maar sighet und dann 1. Levas ein bisschen oxygen. Und weil sie mich aufhörten, in der Mitte der Performance Für keinen Grund, für keinen Grund Ihr werdet die Level 2 und Level 3 nach dieser sehr kurzen Recapitulation Ich meine, wollen sie Ich brauche einmal ein paar Kilometer Bitte sind Sieg Okay, so this is already a little run of the quality group, which means you can be a good VJ just by duplicating the image several times, and syncing it to the beat. This is a Croatian fight because we will listen to some Croatian songs. And level 2 is animation, as you can see. But unfortunately, this is where it ended. Like, right here. Why does it look so strange? Because you can see what the meeting camera captured yesterday. So, it looks like if you want to learn everything about VJ, you have to come back tomorrow. Because we are sitting at our neighbors in this rejuvenating program. So, let's just, let's just, any comments on the face just for an album meeting? Just a little bit. This is a really good place. All of them. You can turn me off. Okay, terrible organization. See you tomorrow. Okay, here it comes. We continue as if nothing happened. If it's yesterday, 0015, I mean today morning. Okay, so I won't talk anymore. I'm sorry. I'm sorry to distribute. I'm sorry. Definitely was surprised. Hey, I'm sorry, I'm sorry. 년� 뜨coöphe. orn charts Best guesswork now. Best guesswork now. McMasterclass visual I must know list. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready?!? Bester Unterricht Masterclass Bijou Mein Masterteam Are you ready? Are you ready? Are you ready? Please get ready for this Can I beat another more bass? Because this song has a really good kick drum Thank you Oh Here's the mask Sorry So It's always a good idea to use your mask when you're doing a mapping Like this See now I'm not using a mask Now I am using a mask So as you can see it's much better It's good And then you can strobe it to impress your audience Like this Yeah We can also sing together Yesterday we did some singing Here's the text The world likes the winners He loves the golden sign When you're first you're all Only one can be on the throne Such a cool song right? It's a cool song yeah I really like it Because I'm afraid they'll shut me off soon again I'll pass forward a little bit Just a little bit like this Why are we so quiet tonight? I think they removed the expensive stamp system we had yesterday and we're just using monitors tonight No A That's Let's say Let's see Let's touch Let's see Let's pray Let's 소 To Let's 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 Oh Mensch was so A Constantly turn me off so now and you know I'm sorry like you missed the present which was like to stay completely Tricks and now for those of you who want to be famous PJs and you know how to do animation, it's really good beginning as you can see Finally So, finally, we're getting to the third level of VJing. I'm sorry, but you can only afford this if you have a good computer. Not like me. All these videos are courtesy of YouTube. Please don't put me to jail or on trial. I mean, it's my material, I made all these songs. But they are from YouTube, so thank you YouTube. And let's go to level 3D. As you can notice, this song will also be from famous Croatian Eurodance band Kolonia. I'm playing Croatian songs for you because I just came from Croatia and it's an amazing country. Oh, same mistake as yesterday. Never forget to loop your videos. Because then they will start playing when they're at the end. My M6 for Zlatan is supposed to be Zlatan. And he's just doing beatboxing instead. Kolonia. 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 Explosions. Kolonia. 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 Aber für diejenigen, die zu sein wollen, bitte bleiben bis zum Schluss. Bleiben bis zum Schluss. Bleiben bis zum Schluss. Es gibt keine Qualität, 3D Modellungssoftware. Sie nehmen das Boot und schreibt eine Scheide ab und dann drauf. Es ist auch immer eine gute Idee, eine Narrative zu haben, wie dieses Video. Es geht um einen Maus, der ein Auto drive. Weil ein andere große Auto aus Kolonia, ein Synth-Guy, überwacht es und erinnert sich, dass sein Ego ist. Also, der Maus ist schädet das große Auto mit seiner kleinen Auto. Aber sie spazieren die Leute, sie sind auf der nächsten Lauf, so dass sie nicht weitergehen können. Sie sehen, sie haben glückliches Augen. Es ist verrückt. Das Video ist über ein Auto aus Köln, so dass eine Maus irgendwo hingefahren hat. Und dann, äh, eventually, dieses Maus, unfortunately, because it's not a good driver, unlike the synth player from Colonia, dies, right now. It's dying, at the moment. Oh, fuck. You can't see it, but the blood is flowing out of its head. So it's dying. Now the clothes up. But, because this is a happy ending video, the singer of Colonia reverses the dial and the Maus goes back to its car. Like, I think that's it. So, as a rule of thumb, I mean, it's cool if you use 3D, but please have some decent narrative. People will appreciate it. The people have to buy the shit out of the video. So, you always need a really bad narrative. Okay, and is Roberto here? Is Roberto here? Is Roberto here? What is this thing? Hey. Is Roberto here? Okay, so I'm not going to play The Last Friday. You want a song? Okay, wait. Wait, just a second. Hello, guys. I need to find the video. Yeah, you all wanted to learn nothing. You all went. This is Roberto, but he's not here. Who knows the song? Everybody sing it, yeah? If he's from any other guy, I just want to tell you how I'm feeling. Never gonna give you up. Never gonna say goodbye. Never gonna fall in love. And hurt you. Michou, guys. Now a round of applause, please. Thank you. Thank you. Yeah, fresh. An all of the, an all of the, who are still there. You did something right. Thank you.